Ja, das könnte was werden jetzt. Die Gelegenheit! Jetzt schießt er! Das macht er gut, den Ball hält er fest. Jetzt vielleicht die Flanke und jetzt die Chance. Da ist er drin, ein tolles Tor! Das war schon Tor Nummer 3, der ist richtig gut drauf. Unglaubliche Aktion, er macht hier nicht nur das Tor, sondern zeigt auch, was er technisch so alles drauf hat. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Is immer noch ein paar Minuten. Dann schauen wir những저, was er nah an! Die Gelegenheit! Wenn die Gelegenheit nicht mehr, aber nicht wirklich gut drauf ist. Also da sind die Gelegenheit! Die Gelegenheit! Die Gelegenheit! Vielen Dank.